Fortschritt, Qualität, Innovation. Dafür steht MÜPRO als einer der führenden Anbieter für Befestigungs- und Schallschutztechnik. 1964 wird die heutige MÜPRO-Unternehmensgruppe in Frankfurt höchst gegründet. Mit der Rekord-Hängeschelle, dem ersten Systemprodukt für Rohrbefestigungen überhaupt, startet das junge Unternehmen eine Reihe von Innovationen und erobert den Markt mit richtungsweisenden Erfindungen. Heute ist MÜPRO in vielen Ländern mit eigenen Gesellschaften aktiv und hat Vertriebspartner auf der ganzen Welt. Die Unternehmenszentrale in Hofheim am Taunus. Hier kümmern sich kompetente Ansprechpartner um die Anliegen der Kunden. Aufmerksam, schnell und serviceorientiert. Das Produktsortiment wächst ständig. Insbesondere in den Kompetenzfeldern Systemschienen, Rohrschellen, Schallschutz und Brandschutz gibt MÜPRO kontinuierlich neue Impulse. MÜPRO setzt auf nutzerfreundliche Technologien. Online-Shop, Berechnungsprogramme und mobile Apps helfen dem Anwender bei der Planung und Umsetzung von Installationen. Die MÜPRO-Verkaufsberater sind Partner des installierenden Handwerks, von Planern und Architekten. Service- und Kundenorientierung sind für MÜPRO eine Selbstverständlichkeit. Bei schwierigen Befestigungsaufgaben hilft die MÜPRO-Anwendungstechnik weiter. Ingenieure mit Erfahrung und Know-how erarbeiten die optimale Lösung für jede Einbausituation. MÜPRO ist immer direkt beim Kunden mit zentral gelegenen Niederlassungen. Wie hier in Hamburg beraten Fachleute die Handwerker vor Ort. Das Unternehmen stellt seine Premiumprodukte selbst her. Auch hier gilt, die Marke steht als der Pionier in der Befestigungs- und Schallschutztechnik für fünf Jahrzehnte Technikwissen und Qualität. Made in Germany. Mit dem heutigen Sortiment deckt MÜPRO sowohl die Haustechnik als auch den Industrie- und Anlagenbau ab. Unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen inklusive. Die Ware ist mit Hilfe eines modernen Lagersystems schnell verfügbar und in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf der Baustelle. Ein wichtiges Einsatzfeld für Befestigungssysteme liegt im Schiffsbau. Individuell darauf abgestimmte Anwendungen und Services bietet MÜPRO Maritim mit den Schwerpunkten Schiffsausrüstung und Offshore-Technik. Innovative Produkte, moderne Vertriebskanäle, maximaler Mehrwert für den Kunden. Auf dieser Basis wird die Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortgeschrieben.